Hi Leute, willkommen zu einer neuen Anime-Empfehlung, oder meiner ersten Anime-Empfehlung. Und es handelt sich um den Anime The Orbital Children, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Was Charakter angeht, gebe ich dem Ganzen eine 8 von 10, oder ne, eine 9 von 10, Animationen 10 von 10, Story 7 von 10, und alles andere eine 9 von 10. Wenn ich mich nicht täusche, kommen wir dann auf eine solide 8,25 raus. Ist eigentlich ein ziemlich guter Anime, kann man jetzt nur auf Netflix schauen. Der Anime ist auch ziemlich neu, muss man sagen. Ich glaube, 28.1. war er released. Es geht eigentlich darum, dass ein Kind im Weltraum geboren wurde, dann seine Schwester retten möchte. Das geht aber nur, wenn sie eine KI umschreiben, weil die halt beide so einen Chip im Gehirn haben, der bald kaputt geht. Dafür müssen die halt umschreiben, diese KI, und ich kann es euch nur empfehlen.